Einen flauschigen guten Tag wünsche euch und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Ich nehme das Ganze hier im Nachhinein auf, denn ich habe heute mein Setup umgebaut und jetzt war bei meinem OBS das Mikro nicht mehr ausgewählt. Deshalb musste ich jetzt nochmal das im Nachhinein machen. Heute gab es eh nichts besonders, nur einen Kack-Ladebildschirm und einen Banner. Aber damit ihr wisst, warum hier der nicht synchron zum Gameplay passt, wollte ich euch einfach nur sagen, gerne noch den Creator-Code reinhauen. Ansonsten sehen wir uns morgen 16 Uhr auf einmal im Video. Kau rein und tschau. Outro